Bei der jungen Truppe Quadfreunde Nordschwarzwald steht der Spaß am Fahren im Vordergrund und dabei wird selten auf die Uhr geguckt. Erst seit dem Jahr 2015 unternehmen die Quadfreunde Nordschwarzwald gemeinsame Ausfahrten. Auch zu Treffen und Veranstaltungen lockte es sie. So standen am 5. und 6. September 2015 der Besuch und die Teilnahme am Trecker-Trek in Sontheim bei Heilbronn an. Und da hatte die Truppe, wenn auch jung, bereits einen beachtlichen Erfolg zu verbuchen. Mitglied Eike Flesufer holte sich beim Quad-Pulling den ersten Platz und das nicht nur vor 5.000 Besuchern, sondern auch vor einer staunenden Kennenmeute, die eigentlich damit gerechnet hatte, den Sieg unter sich auszumachen. Musik Musik